Ich habe heute das mal übernommen. Mein Name ist Dirk Schulze. Ich bin auch hier bei der neuen Geldordnung. Wie heißen wir? Wie heißen wir noch mal? Wo bin ich hier gerade? Das ist noch nicht bei mir, Gott sei Dank. Ich bin hier auch engagiert und habe heute mal die Moderation übernommen. Und bevor wir zu unserem Referenten Martin Finger kommen, will der Halio als Initiator der neuen Geldordnung noch auf ein paar Worte sprechen. Ja, danke. Erstmal ein gutes Neues an alle. An die bekannten Gesichter, an die unbekannten Gesichter. Es ist erfreulich, dass auch Unbekannte heute da sind. Ansonsten ist es mit den Bekannten zunehmend familiär, was ja auch gut ist. Sichtbares Zeichen, wir wollen uns gemeinsam weiterentwickeln. Das Erstaunliche ist, wir werden im nächsten Monat mit den dritten Referenten. Ich glaube, der vierte ist es jetzt schon. Dark hat mal referiert. Hier dann war Klaus Simon da. Heute und im nächsten Monat kommt noch einer aus einer weder explizit volkswirtschaftlich noch Banking irgendwo Ecke, sondern zum Beispiel Informatiker, Physiker, artfremde Gesellen. Wir machen die erstaunliche Erfahrung, diese artfremden Gesellen, die haben zurzeit in der jetzigen Phase mehr beizutragen für die Weiterentwicklung als die, die aus dem eigentlichen Metier kommen. Wir wollen jetzt nicht darüber spekulieren, woran das liegt. Da mag jeder sich seine Gedanken machen, aber die produktiven Geister kommen aus den artfremden Ecken. Das ist erfreulich, weil das ein sichtbares Zeichen dafür ist, dass es nicht von dem sogenannten Finanzwissen berufsspezifisch abhängig ist. Wir beginnen uns erheblich zu emanzipieren aus dieser Welt als Bürgerschaft. Und das halte ich für ein äußerst erfreuliches Zeichen. Und in diesem Sinne übergebe ich an den heutigen Informatiker. Alles weitere sagt Martin euch selbst. Wir freuen uns und ja, danke, dass ich hier bei der neuen Geldordnung referieren darf. Also ich bin nicht Informatiker, sondern Wirtschaftsinformatiker, so nur die Kleinigkeiten sozusagen. Aber letztlich aus meiner Sicht hat es nichts damit zu tun, dass ich mich mit Geld beschäftigt habe, weil das war eher so ein Nebenthema. Ich habe mich schon längst mit Geld beschäftigt, bevor ich sozusagen den Titel Wirtschaftsinformatiker überhaupt erst angegangen bin. Von daher hat das Studium zumindest teilweise Fragen beantwortet. Die meisten hat es umgeklärt gelassen, aber ich hatte tolle Dozenten, die konnten auch fachübergreifend sozusagen diskussionstechnisch benutzt werden. Und da hat es sehr viel Spaß gemacht, im Studium einfach ihre Themen, die sie sowieso referiert haben, sozusagen in Frage zu stellen, was ich sie auch auffordere zu tun, hier und überhaupt. Und dann darüber hinaus dann sozusagen sich andere Bereiche zu erschließen, einfach weil man interessante Hinweise bekommt, wo könnte man sich dann noch informieren, was ist sozusagen als nächster Punkt anstehend. Ja, und heute sozusagen ein Thema, was mir am meisten Spaß macht, um mal darüber zu sprechen, Deflation, Inflation, weil das sind so Schimären, die im Endeffekt oder halt Gespenster, die sehr gerne benutzt werden, um irgendwelche Dinge zu begründen. Und letztlich möchte ich heute ein bisschen aufzeigen, da ist nicht wirklich Substanz drin. Das heißt, es hat nicht eine wissenschaftliche oder klare Basis, warum man mit diesen Sachen arbeitet oder warum man im Endeffekt Dinge, eben die Geldmengensteuerung sozusagen sich darauf beruft. Man muss unbedingt die Deflation verhindern und man nimmt lieber eine kleine Inflation in Kauf, bla 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 bla. Und dieses bla 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 bla, was dann dahinter kommt, was man damit angeblich tun will, ist letztlich nicht wirklich substanziell, sondern es hat bestimmte, aus meiner Sicht ideologische Hintergründe, angefangen davon, im Endeffekt dieses System, was wir heute haben, aus meiner Sicht, da habe ich das jetzt erstmal den Groten unserer Ökonomie heute genannt, weil wir haben unsere Systeme so eng miteinander verzahnt, dass wir, wenn ich diese drei Bausteine anschaue, ich kann eben keinen von diesen Bausteinen wirklich Änderungen machen, ohne dass mit der nächste auf die Füße fällt. Wenn ich anfange, bei den Arbeitsplätzen wirklich Automatisierung zu machen, habe ich sofort das Problem, die Leute haben weniger Einkommen, die haben weniger Einkommen, können weniger konsumieren, fallen sofort noch mehr Arbeitsplätze, und das Ganze geht sozusagen. Also die Spiralen nach unten kann ich sozusagen bei jedem von diesen drei Bausteinen anfangen. Erwerbseinkommen, wenn jemand ein bisschen weniger arbeiten möchte, weniger Einkommen hat, macht weniger Konsum, Arbeitsplätze, dann ist er vielleicht gleich ganz arbeitslos. Und beim Konsum natürlich das Gleiche, wenn man sowas wie Niko Pilch oder so weiter sagt, okay, ein bisschen weniger Konsum und so weiter, dann kann ich auch sicherlich ziemlich schnell darauf verzichten, weil dann fällt mein Arbeitsplatz weg. Weil wir haben heute aufgrund der Schwierigkeit, dass jemand heute etwas produziert, das er selber nicht konsumieren kann, weil wir so viele im Endeffekt Nebenkosten, angefangen von den Sozialversicherungen über irgendwelche Subventionen, und dadurch ist sozusagen dieses ganze System so fragil geworden, und unser Geldsystem ist eigentlich nur ein Baustein. Das heißt, und ich habe sozusagen das Ziel, innerhalb diesem System, sozusagen das Geldsystem statt heute als eher verstärkenden Mechanismus, das Geldsystem im Sinne einer neuen Geldordnung so zu benutzen, hier Freiräume zu schaffen. Das heißt, das Geldsystem so abzuändern, weil ich sagen kann, lass uns doch die Arbeitsplätze, also warum ist alles gut, was Arbeitsplätze schafft? Weil das menschliche Leben besteht doch nicht daran zu arbeiten. Also zumindest aus meiner Sicht nicht. Und schon gar nicht Erwerbsarbeit, das heißt etwas, mit dem ich mich nicht identifizieren kann. Und dann soll ich das ganze Geld, was mir sozusagen durch Nichtarbeit, die mir keinen Spaß macht, dann auch noch ausgeben, nur damit dieses ganze Kreislaufsystem erhalten bleibt. Das ist ja eigentlich ziemlich unsinnig. Und deswegen, wie gesagt, so im Hintergrund, das ist das Bild, was heute so fragil miteinander verzahnt ist und wo diese ganzen Schrauben letztlich nur dazu führen, dass es weitere Fehlfunktionen gibt, aber keine wirklichen neuen Ansätze oder Lösungen. Und als erstes möchte ich damit anfangen, die Quantitätsgleichung ist vielleicht ein bisschen technisch, aber ich gehe da gleich stärker drauf ein, weil letztlich die ganze Ideologie, die hinter der EZB steckt, also die ganze Ideologie der Geldmengensteuerung, lässt sich auf diese von Irving Fischer sozusagen konstruierten oder eigentlich erfundenen Gleichung sozusagen zurückführen. M mal V ist auf der einen Seite die Geldmenge mal Umlaufgeschwindigkeit. Das ist sozusagen die eine Seite und die soll im Gleichgewicht stehen zu den Preisniveonen der Transaktionen. So weit, so gut kann man das noch alles so weit hinnehmen. Wenn man das auch die Volkswirtschaft gesamt betrachtet, ergibt sich das durchaus noch als logischer Schluss, dass das natürlich so ist. Klar, mit dem Geld werden die Transaktionen begleitet und irgendwie muss das zueinander finden. Interessant wird es aber jetzt, wenn ich mir anschaue, wie verwenden wir das heute? Das heißt, was wird denn uns kommuniziert, mit welchen Zahlen wird diese Gleichung befüttert? Und da ist zunächst einmal, interessanterweise statt die Umlaufgeschwindigkeit tatsächlich zu versuchen zu messen, wird sie berechnet. Das heißt, es wird ein theoretischer Wert angenommen, der sozusagen, das ist diese blaue Kurve dort, mit dem 2001, also das sind vor allem die Zeiten nach der Euro-Einführung, andere habe ich jetzt nicht da betrachtet. 2001 hatten wir sozusagen formal nach diesen Mechanismen die höchste Umlaufgeschwindigkeit, während sie 2009 sozusagen auf einen Tief von 1,11. Das heißt, die Aussage hier ist, dass für das Bruttoinlandsprodukt, was wir sozusagen haben, im Verhältnis zur Geldmenge, die mit einem bestimmten Wert angegeben wird, die im Umlauf sei, sozusagen dieser Euro nur einmal im Jahr umläuft. Das ist ja immer bezogen auf ein Jahr dann, das Bruttoinlandsprodukt zum Beispiel. Und da möchte ich Sie jetzt mal mitnehmen, auf den Gedanken, überlegen Sie mal, wie schnell Ihr Geld umläuft, also das Geld, was Sie in der Brieftasche haben. Weil die Überlegung ist, erstmal, Sie bekommen normalerweise eben ein Gehalt im Monat. Dieses Gehalt ist für die allermeisten Menschen so, das ist am Monatsende weg. So, das heißt, Sie haben es bekommen und Sie haben es ausgegeben. Das heißt, Sie haben es schon zweimal in einem Monat ausgegeben. Und da Sie wahrscheinlich nicht Ihre Sachen bei dem einkaufen, wo Sie arbeiten oder von Ihnen das Geld bekommen, muss noch mindestens eine dritte Transaktion stattfinden vom Einzelhandel zu Ihrem Arbeitgeber. Das heißt, Sie haben für sich persönlich eine Umlaufgeschwindigkeit von 3 im Monat, das heißt von 36 im Jahr. Und jetzt bringen Sie das mal bitte mit der Zahl von 1,6 im Zusammenhang. Das heißt, die Ökonomie arbeitet hier mit Zahlen, mit Abstraktionen, die zumindest das, was Sie real erleben können, also in Größenordnung, das ist ja nicht nur irgendwie von 1 zu 2 oder so weiter, sondern wir reden hier von 36. Und das ist nur das, was Sie direkt, wenn Sie persönlich das sich anschauen, sozusagen das direkt merken können. So, natürlich ist unser Alltagsverstand immer ein bisschen merkwürdig, weil unser Alltagsverstand manchmal so mit Mathematik, Statistik, Zufall und so weiter hat ja nicht viel zu tun. Aber bei solchen Sachen, da ist es wichtig, vielleicht den doch mal einzuschalten und zu sagen, ganz naiv an die Sache ranzugehen und zu gucken, Moment, also bei mir ist es 36, bei dem anderen, wie tief muss dann da die Umlaufgeschwindigkeit sein, damit wir das selbst im Durchschnitt, also mal angenommen, das ist ein Durchschnittswert auf 80 Millionen Menschen. Das heißt, wenn Ihrer bei einem 36 liegt, dann müsste bei dem anderen das Geld in 36 Jahren einmal umlaufen. Ist das irgendwie plausibel? Ich denke nicht. Und ich möchte auch noch ein paar Zahlen geben. Wie ist denn die Umlaufgeschwindigkeit definiert? Das ist eben so, wie sie heute berechnet wird. Die Umlaufgeschwindigkeit wird, das ist hier nicht ganz das BIP, nicht das BIP sozusagen in Preisen, wie Preis nivelliert ist, sondern ich habe hier für die Kurve jetzt das reale BIP genommen. Aber normal wird die Umlaufgeschwindigkeit so berechnet, dass ich wirklich nur das BIP normal aus einem Zeitraum mit der Geldmenge aufzeige. Und der Faktor wird dann als Umlaufgeschwindigkeit betrachtet. Also ein rein rechnerischer Wert. Wie ist der Wert bei einem Milliardär, der im Monat eine Milliarde Einnahmen hat? Der hat ja viel länger Zeit. Ja, ja, Zeit hat er schon. Umlauf zu organisieren. Genau, aber die Sache ist, er kümmert sich ja nicht um sein Geld. Er hat ja genug andere Leute, die ihm dafür sorgen, dass dieses Geld aber auch wieder herausgegeben wird. Weil es ist ja nicht so, dass tatsächlich sein Geld dann über Jahre oder Jahrzehnte sozusagen auf dem Konto liegen bleibt. Sondern genau er gibt es ja genauso wieder auf. Das heißt, auch das Geld, also zu sagen, dass tatsächlich hier ein Geld sozusagen nur eine Transaktion in 36 Jahren bewirkt, ist im Endeffekt Quatsch. Und es gibt ein paar Zahlen, die das zum einen bestätigen. Hier mal im Vergleich. Was nicht ganz richtig ist, ist der Faktor 12, weil es bezieht sich ja immer auf ein Jahr. Ja, ja, deswegen habe ich ja vorhin mit dem Faktor, also für Sie persönlich sozusagen, das Geld, was Sie haben, läuft erst mal dreimal um. Genau, im Jahr. Nein, nein, im Monat. Im Monat. Sie geben ja das Geld, was Sie bekommen, im Monat aus. Naja, aber ich verdiene ja ein Jahresgehalt, wenn ich das zu dem BIP, weil es ist ja auch ein Jahreswert. Ja, aber auch das Geld liegt ja nicht irgendwo. Sie bekommt es ja wieder, das ist ja wieder das Geld, was der Arbeitnehmer erst in dem Monat davor eingenommen hat. Weil auch Ihr Geld, was Sie sozusagen über das Jahr bekommen, ist ja nicht schon, am Januar ist das Dezembergehalt von Ihrem Arbeitgeber ja noch nicht auf dem Konto. Also vom Arbeitgeber. Ja, ja. Also deswegen, das Geld läuft schon noch ein paar Mal um. Aber ich habe vielleicht noch ein paar Zahlen, die das auch noch mal belegen, dass tatsächlich dieser Geldumlauf stattfindet. Das ist auch nicht. Moment. Ich glaube, genau. Wir sollten versuchen, dass wir sozusagen, wenn es ganz dringende Verständnisfragen gibt und man nicht folgen kann, dann vielleicht fragen. Ansonsten haben wir nach einer Diskussion, nach einer kurzen Pause. Ansonsten kommen wir, glaube ich, nicht durch mit dem Programm, was wir uns so vorgenommen haben. Also sonst müssen halt alle so lange bleiben, bis die Diskussionen abgeflossen sind. Also deswegen, ich mache erstmal die Folien durch. Wenn Verständnisfragen gibt, direkt melden. Und dann haben wir viel Zeit. Dann kann man sich was zu trinken holen oder nach Hause gehen. Und die, die diskutieren wollen, können danach noch bis zum Schluss. Also ich glaube, auf jeden Fall bis zum Schluss, bis der Letzten geht. Das tut dann. Also die erste Vergleichszahl, also gegenüber dem BIP von 2013, was mit 2,8 Billionen, also 2.821 Milliarden angegeben ist, gibt es noch die interessante Zahl aus den Steuergeschichten. Und allein die Umsatzsteuervoranmeldung, wo im Endeffekt die ganzen Transaktionen eben da, wo die Unternehmen Vorsteuer abziehen können und was sie halt an Umsätzen gemacht haben. Und da sieht man schon, die Zahl ist fast doppelt so groß. Das heißt, die Unternehmen selber haben schon Umsätze von 5,7 Billionen letztlich für das Jahr 2013 gemeldet. Also sieht man schon mal, da ist schon was im Wanken. Und wir wissen ja auch, dass im BIP sozusagen auch alles, was gebraucht ist und so weiter nicht auftaucht, sondern nur alles, was neu geschaffen wird. Des Weiteren, was interessant ist, sind Komplementärwährungen. Die größte Komplementärwährung, die zumindest in Deutschland aktiv ist, ist Payback. Und diese 275 Millionen Euro, das sind wirklich die Paybackpunkte. Also nicht der Umsatz, der mit Payback sozusagen beglichen wird, sondern Payback hat ein Guthaben von 275 Millionen sozusagen in Paybackpunkten im Geschäftsjahr 2014 erwirtschaftet. Und laut deren Aussage wird davon auf 95 Prozent wieder ausgegeben. Das heißt, diese Millionen haben tatsächlich wieder Umsätze gemacht. Des Weiteren, ein Punkt, der auch wieder nicht im BIP auftaucht, sind im Endeffekt alles, was so mit Immobilientransfers und so weiter zu tun hat. Und hier ist eine Hochrechnung, also 2014 war die Grunderwerbsteuer, die Einnahmen der Bundesländer bei 9,3 Milliarden. Jetzt ist es natürlich ein bisschen schwierig, das auszurechnen, weil seit, ich weiß nicht mehr genau, seit welchem Jahr, aber inzwischen ist ja der Satz sozusagen nicht mehr fix, sondern jedes Land legt jetzt selber fest und deswegen liegt es zwischen 3,5 bis 6 Prozent von den Umsätzen, die sie für die Immobilie bezahlen. Und das heißt, das macht rechnerisch sozusagen irgendwo zwischen 155 Milliarden und 206 Milliarden. Also auch wieder ein Betrag, der sozusagen zu diesem BIP on top kommt. und eine andere Zahl, Handelsvolumen Cetra und Börse Frankfurt, laut dem Jahresabschluss von der Börse, also die Handelsgesellschaft, die dahinter steht. Und die haben 2014 1,2 Billionen umgesetzt. Das heißt, das war alleine Umsatz, den wir mit Wertpapieren hatten. Das heißt, das sind alles so kleinere Summen, aber natürlich kommen wir da noch nicht auf diesen scheinbaren Betrag von, oder den Umlauf von 36. Aber ich habe noch ein interessantes Papier gefunden auch wieder von der Bundesbank beziehungsweise von der EZB und zwar zum Target-2-System. Weil das Target-2-System hat auch noch sehr interessante, spannende Zahlen drin. Und dort werden ja letztlich ziemlich viele Großüberweisungen und so weiter gemacht. Und die haben gesagt, sie haben, ich glaube, das war auch 2014, irgendwo zwischen 480 und 500 Millionen Euro. Das heißt, da sind wir tatsächlich in der Größenordnung von dem 36. Wenn wir im Endeffekt die Geldmenge, also die europäische Geldmenge liegt zwischen 10 und 11 Millionen. Und wir haben sozusagen im europäischen Target-2-System Umsätze, die in dem einen Jahr gelaufen sind, von fast 500 Millionen Euro. Das heißt, diese Größenordnung, also es ist eine Illusion zu glauben, dass die Euros so langsam umlaufen. Aber es sind Zahlen, die sozusagen verkauft werden, als erst mal, dass diese Zahlen so irgendeine Aussagekraft hätten. Was eben meine Aussage ist, in der Ökonomie wird halt gerne mit Zahlen gearbeitet, die vermeintlich irgendeine Realität abbilden, und die aber keinen Bezug zu irgendeiner Wirklichkeit haben. Und wenn man auf den Zahlen halt irgendetwas anfängt, Entscheidungen zu treffen, dann kann man eigentlich nur daneben liegen. Und deswegen möchte ich jetzt gleich zur nächsten Folie. Mein persönliches rotes Tuch, der VPI. Der Verbraucherpreisindex. Also hier sind mal nebeneinander gestellt, sozusagen vier Entwicklungskurven. Der Grüne ist der VPI, eben der Verbraucherpreisindex, der eben gerne mal mit diesem Begriff Inflation bezeichnet wird. Der aber aus meiner Sicht, weil ich habe das Verständnis, Inflation bedeutet, ich ermittle eine Preisänderung, die allein aufgrund der Geldänderung stattfindet. Das heißt, ich kann diese sozusagen unterscheiden, dass eine normale Preisänderung, die einfach auf irgendwelchen Marktsachen basiert, unterscheiden kann von einer, die durch das Geldmenge beruht. Das Problem ist leider, es wird normalerweise so verstanden oder im allgemeinen Verbraucherinflation irgendeine Preisänderung nach oben. Und damit ist diese Aussage letztlich wertlos. Weil was nützt es mir zu sagen, die Preise haben sich nach oben verändert, weil das kann ich sehen und es gibt mir eine Erkanne der Informationen, warum sich diese Preise verändert haben, wenn da sozusagen kein Watt das Kriterium da dasteht. Also deswegen hier der VPI als grüne Linie, also als hellgrüne Linie, die da dazwischen rumläuft. Und hier auch sozusagen die Zahlen, das ist ja ein Index, der ist auf 2010 aktuell geeicht, das heißt, da liegt er bei 100 und die anderen Zahlen sind sozusagen hoch und runter gerechnet dazu. Insgesamt ist von 2000 bis 2014 ist sozusagen der Verbraucherpreisindex um 24% angestiegen. Das nächste ist eine schöne Zahl der Bruttomonatsverdienst. Das ist eben leider nur das Brutto und soweit ich weiß auch nur die eine Hälfte. Also da sind die Sozialabgaben sozusagen noch nicht weiter mit drauf. Und das ist dann die hellblaue Linie, die dort sozusagen etwas oberhalb, also die sich zumindest die meiste Zeit oberhalb da bewegt. Manchmal ein bisschen größer Abstand zum VPI. Und da ist es interessant so auf diesen langen Zeitraum zu sehen. Ich weiß nicht, wer persönlich von Ihnen auch so eine Gehaltsentwicklung gemacht hat. Das heißt, dass Sie in den letzten zehn Jahren sozusagen ihr Gehalt um 38% steigern konnten, zumindest Brutto. Aber rein rechnerisch soll ja stattgefunden haben. Also die, also sozusagen, das sind ja Zahlen von D-Statis, die sagen, seit von 2000 bis 2014 sind die Gehälter angestiegen. Können wir jetzt. Müssen wir jemanden fragen, der das wahrscheinlich bekommen hat, dann und von dem was abholen. Weil das Interessante ist tatsächlich noch ein Reallohnindex. Bei dem weiß ich nicht genau, worauf der basiert ist, aber auch von D-Statis ausgerechnet. Und da steht plötzlich nur noch 1,3%. Das ist nämlich die dunkelgrüne Linie. Und da müssen Sie aufpassen, hier ist die Nulllinie. Das heißt, wir lagen hier sozusagen noch bei 100, etwas über 100%, normiert auf 2010. Und danach, 2004 bis 2007, ist zumindest ein Reallohnverlust. Das heißt, da sind tatsächlich die Reallöhne zurückgegangen. Und erst danach, ausgerechnet in der Krise, ist der Lohn dann anscheinend wieder gestiegen. Also 2008 war ja eigentlich dann auch schon langsam ein Krisenjahr. 2009 wieder runter, 2010 dort wieder hoch. Auf jeden Fall ist es sehr spannend eben zu sehen, einmal 2008, dass dort eben diese Leichterholung war, während die Bruttogehälter und der VPI nahezu gleich auflagen. Also eigentlich ja normal dort gar keine Veränderung ist. Und wir aber in dem Jahr eben den höchsten, das ist das letzte, die letzte Kurve, die rote Kurve, das heißt, die Geldmenge ist in dem Jahr um 11 Prozent gestiegen. Was natürlich auch damit erklärbar ist, ich weiß nicht, weil Sie es mitbekommen hatten, das war ja damals in den Schlagzeilen, zu sagen, ja, der Interbankenmarkt ist ausgetrocknet und die EZB hat sich natürlich dort bemüht, möglichst viel Geld noch zusätzlich in Umlauf zu setzen, damit dieser Interbankenmarkt sozusagen kompensiert ist. Das war dann sozusagen zwei Jahre lang notwendig, bis 2010, dass letztlich ein bisschen kompensiert wurde in der Hinsicht, dass die Geldmenge tatsächlich mal rückläufig war, was nicht sehr häufig vorkommt. Und im Endeffekt meine Ableitung aus dieser ganzen Folie ist, die Gewerkschaften lassen sich leider immer ins Boxfond jagen, indem sie sozusagen mit dem VPI irgendwie gebremst werden, zu sagen, ja, wieso, die Verbraucherpreise steigen doch nur um ein oder zwei Prozent, macht doch keine so hohen Lohnabschlüsse. Das hat sich im Endeffekt 2004 bis 2007 sozusagen schon überhaupt gekostet, dass dort Nominale und Verluste wirklich stattgefunden haben. Aber auch generell, weil aus meiner Sicht nur, weil in den Preisen noch nicht sichtbar geworden ist, wie stark die Geldmenge entwertet wurde, müssten tatsächlich die Gewerkschaften nach dem gehen fordern, was sozusagen die rote Linie ist. Das heißt, interessant wäre es gewesen, wenn die Gewerkschaften 2008 sozusagen mit elf Prozent Lohnforderung in die Sachen reingegangen sind und beziehungsweise hätten elf eigentlich rausholen müssen. Das heißt, sie hätten ja noch mit noch mehr reingehen müssen, damit sie letztlich das, was die EZB sozusagen in der Geldmenge anstellt und eigentlich schon das Geld entwertet, sozusagen wieder zu kompensieren. Aber da war der Schröder an der Macht, den haben sie geschont. Ja, das ist das Problem immer, wenn die SPD regiert, sind die Gewerkschaften butterweich. Deswegen, aus meiner Sicht, den VPI ist eine nette Geschichte, wenn man irgendwie mit diesem Warenkorb in irgendeiner Form übereinstimmt, aber letztlich aus meiner Sicht keine Ausfragekraft und aus meiner Sicht dann eben Lohnforderung lieber zu gucken, wie sich die Geldmenge entwickelt und zu sagen, okay, wenn die Geldmenge hochgeht, geht das Geld runter. Wie gesagt, beziehungsweise habe ich es noch nicht gesagt, also hier haben wir einen Anstieg um 85 Prozent und die Frage ist, wer von Ihnen hat sozusagen in Ihrem Gehalt einen Nettozuwachs von 85 Prozent erreicht, um zumindest diese Verluste, auch wenn sie noch nicht im Supermarkt angekommen sind, zu kompensieren. Und das Interessante ist, da diese Prozente ja auch letztlich eine Exponentialkurve sind, wenn man, ich glaube, von 2009 bezogen bis auf 2016, wenn man den gesamten Bereich nimmt, dann ist man nicht mehr bei 85, sondern sind wir schon bei knapp 125 Prozent. Also die Entwicklung beschleunigt sich letztlich immer mehr, weil natürlich, klar, 2009, der Wert ist relativ niedrig und selbst die kleinen verhältnismäßig kleinen Anwechsel, die Zielgröße von der EZB liegt ja bei 4,5 Prozent Geldmengenwachstum. Ich habe eine Frage, die Geldmengen, die hier dargestellt ist, ich denke, das Problem ist, dass die Geldmengen sich ein ganzes Stück weit auch von der Realwirtschaft abgekoppelt hat und wenn jetzt man versucht, über Löhne, die ja irgendwo mehr in der Realwirtschaft angesiedelt sind, die Sachen aus der Finanzwirtschaft reinzuholen, würde das tatsächlich funktionieren? Das ist nicht ja das Problem, dass man die Geldmengen anderen steuern muss, das ist ja die spannende Frage, weshalb ich auch hier bin, aber stell dir jetzt schon an der Stelle her. Also im Endeffekt, meine Aussage, die ich auch nachher oder jetzt gleich dann noch weiter vertiefen werde, ist, die Logik, warum ja die Geldmenge gesteuert wird, ist ja eigentlich nur dieses Deflationsszenario. Das heißt, zurückgehend, vielleicht gehe ich nochmal auf die erste Folie, weil an der lässt sich das besser erklären, weil letztlich die Argumentation, die hinter der EZB steckt, warum sie diese Geldmenge steuert, ist zu sagen, wir müssen verhindern, dass die Leute ihren Konsum aufschieben. Das wird ja auch immer wieder ein bisschen mit kolportiert, so von wegen, wir dürfen bloß nicht in die Inflation kommen, weil es könnte ja sein, dass die Leute dann ihr Auto ein oder zwei Jahre später kaufen und ihren Computer nicht ersetzen und so weiter. Dabei ist im Endeffekt die Frage, nach welcher Logik ist das eine sinnvolle Handlungsstrategie? Das heißt, wenn ich eine Maschine habe, wenn ich einen Gebrauchsgegenstand habe, der noch seinen Dienst tut, der seinen Dienst ausreichend gut tut und im Endeffekt keine größeren Verbesserungen da sind, die Frage ist, warum soll ich das machen? Und das ist sozusagen die Logik, das beantwortet die EZB natürlich nicht. Die ist systemkonform und sagt, wir dürfen nicht zulassen, dass diese runtergeht. Und das ist, wie gesagt, eher das Problem dieses Festhalten an Arbeitsplätzen und am Erwerbseinkommen als einzige, also im Endeffekt die Arbeitsplätze als einzige Quelle des Erwerbseinkommens, damit überhaupt dieses ganze Spielchen funktioniert. Und das ist letztlich die hintergründige, zumindest Motivation aus meiner Sicht für die EZB. Ob es hier selber klar ist oder ob es überhaupt jemanden gibt, der sagt, ist es sinnvoll, Ressourcen nur deswegen zu machen, damit andere Arbeit haben. Weil mein Aspekt zum Beispiel, der beste Umweltschutz ist ein Auto, das nicht produziert werden muss. Weil angenommen, wir produzieren nur noch halb zu viele Autos. Das heißt, nicht nur die Arbeitsplätze, die wir einsparen, wenn wir mal da keinen Wert drauf legen würden, sondern zu sagen, wie viele Ressourcen kostet so ein Arbeitsplatz jedes Jahr. Der muss einen Haufen Metall verarbeiten, Elektronik, seltene Rohstoffe und so weiter, das muss alles da drin verbaut werden, nur damit der ein Gehalt bekommt. Das ist ja nicht sinnvoll. Und das ist sozusagen eben der Punkt, warum dieses Deflationsszenario nur deswegen ein Schreckensszenario ist, weil da sozusagen hinten rum hinten rum mitgedacht sind sozusagen, das System ist nicht in der Lage, so etwas abzupuffern. Und es hat keine Antwort darauf, was machen wir dann? Und sozusagen diese Antwort ist sozusagen mein Baustein zu sagen, okay, wie setze ich ein Geldsystem ein, um genau diese Abhängigkeiten zu sagen, ich will das aufbrechen. Ich will sagen, lasst uns endlich von den Arbeitsplätzen wegkommen, wer Arbeit hat, kann froh sein, der wird auf jeden Fall mehr bekommen, aber lasst uns das Geldsystem sozusagen in den Menschen oder bei den Menschen direkt verankern. Also hier sozusagen kurz die Stichpunkte, wie Kriterien funktionieren sollen, also eine Komplementärwährung. Ich will nicht den Euro abschaffen, weil das ist ein zu vehementer Eingriff und vor allen Dingen ist das Problem der politischen Mehrheiten. In diesem System oder in diesen Strukturen heute, sei es Demokratie, sei es im Endeffekt die staatlichen Institutionen, sei es EZB und Bundesbank und so weiter, die lassen sich nicht einfach sozusagen von heute auf morgen umstellen. Und bis man das geschafft hat, sozusagen hier sowohl Mehrheiten zu bekommen, als auch Unterstützung, dass man diese Strukturen verändert, dann lieber sagen, okay, wir schaffen die Alternativen, weil wir können ja einfach parallel was aufbauen. Aufbauen hindert, also zumindest, soweit man jemanden auf die Füße trifft, wird man daran weniger gestört, als wenn man sagt, ich will jetzt etwas Bestehendes verändern. Soll das Bestehende weiter funktionieren, wie es kann oder will und wir machen sozusagen parallel diese Komplementärwährung. Ausgabe wird im Endeffekt stufenweise erfolgen, das heißt, wir fangen mit 100 Krädereinheiten an. Kaufkraft im Moment ist beabsichtigt, sie zumindest 1 zu 1 zum Euro jetzt mal zu denken. Ob die Leute sich daran halten, ist wieder eine andere Frage, weil es kann nicht erzogen werden, es macht keinen Sinn, es sozusagen zwangsweise durchzusetzen. Aber gehen wir mal davon aus, dass die Leute soweit mitmachen, dass die 100 Krädere auch für 100 Euro heutzutage eingesetzt werden können und dann geht es sozusagen los, je nachdem, wie viele Menschen bereit sind, das mitzudenken, mitzutragen, heben wir dann in diesem Beitrag an. Das heißt, eben 0 Prozent, das heißt, der Erste bekommt erstmal 100, danach, wenn 40 Prozent mitmachen, sind wir schon bei der Hälfte des Betrages und bei 90 Prozent würden wir dann sozusagen in diesem Maximalbetrag laufen. Das ist einfach so ein bisschen, 10 Prozent ist der Puffer, wie man ja gesehen hat bei der letzten Volkstätzung oder bei der letzten Auswendung wird die 2 Millionen Deutsche verschwunden. Das wäre ziemlich blöd, wenn wir auf die gewartet hätten, um sozusagen den Maximalwert zu bekommen. Das heißt, so haben wir 10 Prozent Puffer, egal ob nach oben oder nach unten, ist egal, wenn wir die 80 Millionen erreicht haben, kriegt jeder den gleichen Betrag und wir haben da auch eine Ruhe drin. Und dann ist es natürlich noch die Sache, damit Geld als Geld funktioniert, muss es in irgendeiner Form beschränkt sein. Das macht keinen Sinn, sozusagen jedem unendlich viel Geld aufs Konto zu überweisen, dann ist das Geld komplett wertlos. Weil es hat sowohl keine Wertschätzung in dem Sinne, dass es irgendetwas bedeutet, weil ich habe ja unendlich da viel, wer schätzt schon ein Ozean voll Wasser in irgendeiner Form wert, aber wer schätzt die Flasche Wasser letztlich in der Wüste. Das heißt, wir haben mehr einen Bezug dazu, etwas wertzuschätzen, was für uns persönlich knapp ist. Deswegen wird die Geldmenge dadurch beschränkt, aber hier im Endeffekt nicht absolut, sondern relativ. Das heißt, es wird 1% im Monat vermichtet. Das heißt, wenn die 100 Krediere einen Monat lang ohne Bewegung auf dem Konto liegen bleiben, sind nach einem Monat halt noch 99 da. Damit im Jahr sind wir bei 12% minus. Und wir haben letztlich, weswegen ich sage, verzichten wir auf diese ganze Geldmengesteuerung von wegen, weil es ist ja eben aus meiner Sicht eine Wissensillusion zu glauben, ich könnte irgendwie ermitteln, was eine vernünftige Geldmenge für eine Wirtschaft ist. Weil das, wie man im Moment sieht, wie die EZB rudert und die Preise sozusagen nicht in den Griff bekommt. Weil sie gar keine Möglichkeit hat, auf die Preise Einfluss zu nehmen. Sie kann nicht sagen, dass jetzt der Supermarkt bitte mal seine Milch teurer machen soll, weil sie kriegt es halt sozusagen über die Geldschöpfung, wo sie normal die Hebel halt einfach nicht hin, auch mit Aktien kaufen, wird sie es nicht schaffen, in irgendeiner Form eine Supermarkt Milch zu verteuern. So, und deswegen haben wir dann sozusagen eine Geldmenge, die mit den Menschen mitwächst, aber dadurch auch dafür sorgt, dass jeder Mensch, weil wenn wir erweitern an diesem Konzept Marktwirtschaft, das heißt Angebot, Nachfrage, dann muss es aber auch Personen geben, die die Nachfrage ausüben können. Und das kann ich nur, wenn ich Geld habe. Heute kann ich zu jedem Markt gehen, wenn ich mit einer leeren Brieftasche komme, sag dir, was willst du? Also da findet keine Nachfrage statt. Da findet vielleicht noch ein Interesse statt, aber ich werde keinen Händler finden, der mir irgendetwas verkauft, wenn ich kein Geld mitwende. Und deswegen sozusagen, wenn wir an diesen ganzen Konzepten, was wir in der Marktwirtschaft und im Endeffekt die Flexibilität und so weiter aufrechterhalten wollen, dann ist es zumindest mal der erste Baustein zu sagen, ja dann lasst uns doch auch jeden zum Konsumenten machen. Das geht da diese Aufgabe, auch das Thema der Verantwortung. Die Konsumenten sollen noch verantwortlich sein, weil nach ihnen sollen noch die Produkte geschaffen werden und so weiter. Die Sache ist, egal in welchem Laden sie einkaufen, in aller Regel sind die Produkte vor ihnen da. Das heißt, die Frage ist, wie viel Einfluss haben sie tatsächlich, wenn man sich das direkt anschaut, auf die Produkte, die dort ausliegen. Es ist natürlich dann immer noch eine Frage, okay, sie können das so vehement ablehnen und wenn das genug machen, dann werden die vielleicht danach nicht mehr produziert und sie werden später geändert. Aber die ersten Produkte, die da immer noch im Laden liegen, die bleiben da liegen. Das heißt, es ist ein bisschen Illusion zu glauben, dass ich als Konsument einen großen Einfluss habe auf Unternehmen. Es ist eher so, dass ich zumindest Unternehmen, die sozusagen den Konsumwunsch der Kunden nicht ausreichend anträgern können, irgendwann peide gehen werden. Die fallen halt dann raus. Deswegen ist sowas wie Facebook halt unglaublich interessant und attraktiv für viele Unternehmen, weil sie als Nutzer sind ja nicht der Kunde, sondern die Unternehmen sind ja die Kunden, damit sie wissen, was an sie verkauft werden kann. Und das ist zumindest der eine Baustein, die mündiger zu machen, dass sie mehr Einfluss bekommen auf die Märkte, dass zumindest jeder Mensch letztlich diese Funktion hat. Und umgekehrt braucht das Ganze natürlich noch eine Finanzierung und es ist letztlich auch eine Erdung dessen, dass diese Geldeinheiten eben wertgeschätzt werden. Das heißt, sie werden, oder sie würden in dem Fall, wenn sie mitmachen, an der Geldschöpfung 10 Euro im Monat bezahlen oder dann auch für das ganze Jahr gleich 100 Euro. Und damit ist das sozusagen aus meiner Sicht auch nochmal eine Erdung. Das heißt, es ist zwar das Ziel, dass die 100 Krediere 100 Euro wert sein sollen, aber sie werden sie, zumindest wenn sie einigermaßen rational handeln, nicht für weniger als 10 Euro raushauen. Das wäre dann zwar ziemlich wenig, aber es ist auf jeden Fall sozusagen eine Sättigung nach unten. Also deswegen auch, dass dieser Betrag höher macht, ist es nicht sinnvoll. Aber so sind sie einmal daran beteiligt, dass diese Infrastruktur aufgebaut werden können. Weil was auch noch dazu kommt, wenn Sie heute die Zahlungsinfrastrukturen anschauen, angefangen von PayPal über EC-Karten, über irgendwelche Kreditkarten und dann das ganze Online-Banking und so weiter. Überall gibt es ja letztlich Unternehmen, die daran wieder verdienen. Das heißt, nur, dass sie ihre Zahlungen durchführen, müssen sie sozusagen andere Gehälter mitfinanzieren. Dabei geht es eigentlich nur darum, eine Infrastruktur zu schaffen. Und darum geht es auch wieder darum zu sagen, das ist so transparent wie möglich. Das heißt, Sie sind ja jetzt der Profiteur dann von der Geldschöpfung. Niemand anders profitiert mehr. Das kann kein Kreditgeld geschöpft werden. Das kann nicht irgendwie irgendeine andere Instanz schöpfen, sondern nur Sie als Person profitieren davon, dass wir Geld schaffen. Per Definition, weil wir uns ja darauf einigen. Und dann tragen Sie das im Endeffekt auch direkt. Das heißt, Sie übernehmen die Kosten für dieses System, das irgendwo entsteht. So, aber was sind sozusagen noch dann die Auswirkungen, die zumindest die Gedanken sind, zu sagen, okay, wenn ich diese andere Geldordnung installiere, was sind letztlich die Ziele? Was sind die Bausteine, die ich damit zumindest verändern möchte? Ob das sozusagen zielführend ist oder nicht, darüber können wir streiten, weil das ist ja dann die Diskussion. Glauben Sie, dass das so funktioniert? Glauben Sie, dass es nicht funktioniert? Meine Ansichten sind sozusagen, dass, also was ich ja schon eben vorhin, was ich ja schon erläutert habe, dass Sie letztlich als Konsument Ihre Bedürfnisse auf den Markt tragen können. Und dass letztlich die Unternehmer sich mehr an ihren Bedürfnissen orientieren, anstatt an den Gewinnnotwendigkeiten, die sozusagen für meinetwegen die Aktionäre notwendig sind. Das Primäre, was sozusagen hier in Richtung neue Geldordnung das Thema ist, dass vor allem die heutigen Privilegien, die sozusagen die Personen haben, die an das frische Geld kommen. Das sind einmal natürlich diejenigen, die schon viel haben, die sozusagen mal eben zur Bank reinstellen können und sagen, du, ich brauche einen Kredit für das und das, ich will das und das kaufen, das und das anschaffen, das und das investieren. Und die sagen, ach, du hast das und das, kein Problem, überschreibe uns entweder das Haus oder die Sicherheiten von dem oder ach, du hast so viel Aktienkapital, kein Problem. Das heißt, diese Privilegien werden letztlich dadurch nivelliert, dass in einem Kriterium solche Geldschöpfung überhaupt nicht möglich ist. Das heißt, ich kann zu niemandem gehen und sagen, ich erschaffe einfach irgendwie Buchgeld, sondern das Einzige, was möglich ist, wenn Sie diese, sagen wir mal jetzt die 1000 Kriterium im Monat, die Sie bekommen, nicht ausgeben und meinetwegen Sie verbrauchen nur 500, weil Sie sozusagen auf sparsam leben und so weiter und für die anderen 500 haben Sie keine Verwendung. Dann kann der natürlich zu Ihnen kommen und fragen, bist du bereit, mich zu finanzieren, mich zu unterstützen, ich will da was investieren oder was machen und so. Und dann ist es letztlich, weil das ist auch für mich der wichtigste Aspekt, zu sagen, ich will ein Gegengewicht zum Zins haben. Ich will, dass der Marktzins, sozusagen der Gleichgewichtszins unter Null liegen kann. Das heißt, dass es keinen automatischen Aufbau mehr von Kapitalwerten oder von im Endeffekt Wertanwachs gibt, bloß weil man Kapitalvermögen hat, sondern dass dieses sich zumindest bei Null treffen kann. Bei minus 12 Prozent, das ist ja sozusagen der jährliche Zins, der bei Kredieren fällig wird. Das heißt, wenn Sie Ihr Geld liegen lassen, verlieren Sie 12 Prozent im Jahr. Das heißt, es gibt eine ganz andere Verhandlungsbasis, wenn Sie das Geld verleihen. Derjenige, der Ihnen das Geld verleiht, kann dann sagen, naja, wieso soll ich dir jetzt noch einen positiven Zins oben drauf zahlen? Ich gebe dir ja schon 12 Prozent mehr, also mal angekommen, er zahlt Ihnen nominal den gleichen Betrag zurück, den er von Ihnen leidt. Dann hat er Ihnen ja schon 12 Prozent Verlust gespart. Das heißt, Sie können genauso gut verhandeln, je nachdem, wie dringend Sie das Geld loswerden wollen und er das haben will, zu sagen, halbe, halbe, ich mache dann 6 Prozent Verlust im Jahr und der, der von Ihnen das Geld leidt, zahlt Ihnen halt 6 Prozent weniger zurück. Das heißt, wir kommen auf eine ganz andere Verhandlungsebene in diesem Geldsystem. Und letztlich, was ich eben schon angedeutet habe mit dem Thema Deflexionsgeschichten, für mich steht dahin vor allem diese Ideologie dahinter. Das heißt, das ist das Wirtschaftssystem und das ist, weil es gibt für mich keinen rationalen Grund zu sagen, es ist sinnvoll, möglichst viel Konsum möglichst zügig stattfinden zu lassen. Was ja auch impliziert, das Thema, werden Produkte tatsächlich so designt, dass sie nach der Garantiezeit möglichst schnell kaputt gehen, damit sie neue Produkte kaufen müssen und und und. Da gibt es ja viele Überlegungen und zumindest gibt es auch im Designbereich und so weiter wirklich schon, dass die Studenten darauf geeicht werden, zu überlegen, Thema Produktlebenszyklus. Das heißt jetzt nicht so von wegen, dass es sozusagen absichtlich kaputt geht, aber das Thema, man designt ein Produktlebenszyklus. Man sagt, okay, in vier Jahren wollen wir ein neues Produkt auf den Markt bekommen, dann muss das alte, alt, hässlich oder irgendwie nicht mehr Mode sein. Im Endeffekt in der Mode hat man das ja am meisten. Das heißt, sie bekommen jedes Jahr eigentlich den Impuls, wenn sie auf dieser Modewelle reiten wollen, dass sie sich zweimal im Jahr nur einkleiden. Einmal im Sommer, einmal im Winter. Und da ist die Frage, wofür? So schnell kriegen sie die Kleidung nicht aufgetragen. Also zumindest nicht, wenn sie einigermaßen noch verarbeitet ist. Und dann als letzten Punkt, warum bin ich überhaupt bereit, sozusagen dieses minus zwölf Prozent zuzulassen? Das ist, weil ich sage, für mich hat Prim, also Geld ist ja allgemein aktuell so definiert, dass wir haben drei Funktionen, die Zahlungsmittel, also im Jahr Zahlungsmittel und als Recheneinheit, das ist halt in Preisen ausgesendet. Und die dritte Funktion, die normalerweise genannt wird, ist die Wertaufbewahrungsfunktion. Und ich sage, zum einen ist die Wertaufbewahrungsfunktion eine Illusion, weil sie können, also im Endeffekt, Geld kann eben keinen Wert speichern, sondern Geld ist ja nur der Anspruch oder der Versuch, etwas anderes dafür zu bekommen. Weil von Geld können sie nicht essen, unter Geld können sie nicht schlafen und die Wohnung und so weiter wird dadurch auch nicht gebaut. Das heißt, sie brauchen im Endeffekt Geld nur als Mittel zum Zweck. Und dieses ganze Thema der Wertaufbewahrung ist jetzt primär, wenn sozusagen jetzt mal die normale Masse, die dann nicht nach Macht strebt und nach Herrschaft oder sonst irgendwas, für die ist letztlich der Wert dessen, dass sie Geld aufheben kann, eigentlich nur die Vorsorge. Das ist der Sicherheitsaspekt. Das heißt, das Thema, warum brauche ich eine Rente, warum will ich die Vorsorge machen, weil ich Sicherheit haben möchte, dass ich im Alter noch in irgendeiner Form angemessen leben kann. Ob ich das von der Rente kann oder nicht, ist wieder ein Problem unseres Geldsystems, ob das überhaupt funktioniert. Aber bei Credera habe ich ja im Endeffekt an den Baustein zu sagen, ich bekomme jeden Monat die 1000 Credera, wenn da das mal groß sich etabliert hat und von der breiten Masse angenommen wird. Und dann muss ich mir nicht mehr überlegen, muss ich jetzt für meine Rente vorsorgen, muss ich jetzt für meine Kinder vorsorgen, muss ich für eine Ausbildung ansparen, weil all das kann ich ja hoffentlich dann mit den 1000 Credera so weit abdecken, dass ich da kein Risiko mehr habe. Genauso wichtig Handlungsmacht gegenüber Arbeitgebern. Kann ich auf den Job, der zum Beispiel in einer Industrie oder in einer Technologie stattfindet, die die Umwelt schädigt, die im Endeffekt Waffen produziert und so weiter, kann ich dann auf diese Jobs verzichten und sagen, es ist mir ethisches nicht wert, dort zu arbeiten. Diesen Verdienstzuwachs sozusagen über diese 1000 Credera hinaus, weil ich dann meinetwegen 2.000 oder 3.000 Credera mehr mache, bin ich nicht bereit einzugehen. Das heißt, ich kann mir auch als Arbeitnehmer letztlich ethische Entscheidungen haben. Ich kann selektieren und sagen, das mache ich nicht mit, das trage ich nicht. Ich kann sozusagen zu geringeren Kosten Nein sagen, als ich heute dazu in der Lage werde. Weil heute ist, gehen Sie mal zum Arbeitsamt hin und sagen, ich habe meinen Job aus ethischen Gründen gekündigt. Glauben Sie, dass Sie damit die 3-Monats-Sperren vermeiden? Ich glaube keine Idee, warum die Leute sparen, als Vorsorge, aus Sicherheitsgründen. Aber ich denke, dass wir das mit Credera sozusagen überflüssig machen können. Weil letztlich ist die Sicherheit ja, Ihr Nachbar, Ihre Freunde, Ihre Kollegen und so weiter, die sind eigentlich die Sicherheitsbasis. Weil nur durch die in unserer vernetzten und verteilten Gesellschaft sind jetzt nicht diejenigen, die dafür sorgen, dass es ihnen gut geht und dass sie überleben können. Und das aus meiner Sicht sollten wir eben dann auch im Geldsystem abbilden, zu sagen, wir funktionieren als Gemeinschaft und wir sorgen füreinander ja ohnehin für unser Überleben. Das sollten wir uns auch dann daran bewusst machen, dass wir jeden daran teilhaben lassen, sozusagen Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Und ja, noch eine Folie. Das sind die, dieser schöne Bogen hier unten, ist sozusagen die Geldmengenentwicklung. Mal angenommen, wir hätten Credere mit dem Maximalbetrag von 1000 Credere im Monat angefangen, als wir den Euro eingeführt haben. Also 99 sozusagen hätten wir parallel gestartet. Hier beginnen jetzt die Zahlen von 2001. Und hier ist es dann so, die blaue Kurve ist sozusagen die Wachstumskurve der Geldmenge von Credere. Das heißt, also die Zahlen sind da, die Prozente sind da drüben. Das heißt, dass im dritten Jahr 99 Einführung, 2001 das erste Wachstumsjahr, 2001 das zweite Wachstumsjahr, wäre die Geldmenge noch um sagenhafte 80 Prozent gewachsen. Hört sich erstmal sehr viel an, war es damals auch, also sozusagen wäre es damals gewesen. In einem Parallelunik. Genau. Aber wenn wir uns anschauen, wo die Geldmenge dann gelandet wäre, sie wäre irgendwo bei 1,8 Billionen jetzt gewesen. Im dritten Jahr sozusagen die Geldmenge, die in Credere dann im Umlauf ist. So, parallel dazu, hier sehen wir die rote Kurve. Die Zahlen von 2016 an der Stelle, die sind natürlich noch nicht aktuell, weil wir haben aktuell, von der Bundesbank kriege ich aktuell für die Geldmenge, für die nominelle Geldmenge M3 nur bis November. Im November wird aktuell berichtet. Und was auch noch wichtig ist zu wissen, wenn Sie die Zahl, die ich jetzt hier hingeschrieben habe, mal vergleichen mit dem Papier, was die Bundesbank ist, dort steht in der deutschen Geldmenge, dort ist kein Bargeld mehr enthalten. Deswegen ist diese Zahl auf jeden Fall höher als das, was Sie dort sehen. Das sind noch mal so 220 Milliarden mehr. Also so eine kleine Summe dazu, wie sozusagen das Bargeld, was aber aktuell in den nominellen Zahlen von M3 auf der deutschen Geldmengeseite sozusagen für den Euro nicht ausgewiesen wird. Seit 2002 ist die Zahl rausgerechnet. Die habe ich jetzt hier frecherweise einfach wieder zusammenhaltiert. Und dann sehen Sie sozusagen für 2016 ergibt sich bis November aktuelle Geldmenge und die Bargeldmenge von Oktober. also ergibt das schon einen Wachstum von 7,3 Prozent. Für das Weitere dahinter habe ich jetzt mal angenommen, dass die EZB sich tatsächlich an diese inoffiziellen, oder es wird ja auch so kommuniziert, dass sie 4,5 Prozent Geldmengenwachstum sozusagen pro Jahr anstreben. Und da sehen Sie die Wachstumskurve da hinten bei den 5 Prozent. Wie gesagt, das sind 4,5 Prozent, was dort hinter der Kurve liegt. Sieht ja eigentlich schön konstant aus. Aber Sie sehen, welche Geschwindigkeit die Kurve aufnimmt. Und im Vergleich dazu sozusagen die kritäre Menge, die hier im zweiten Jahr sind wir schon nur noch beim Wachstum von 35, 45, also irgendwo so um die 40 Prozent. Und was immer weiter hier runter geht, bis sozusagen wir hätten dieses Jahr, also beziehungsweise 2016, hätten wir noch ein knappes Geldmengenwachstum von 2 Prozent. Und die Geldmenge würde jetzt bei etwa 7 Billionen liegen. Das heißt, was ich vorhin nicht, ich weiß nicht, ob es auf der anderen Folie noch draufsteht, aber jedenfalls die maximale Geldmenge bei 80 Millionen Menschen, 1.000 Krediere im Monat mit 100.000 Krediere Geldmenge sozusagen pro Kopf, würden wir bei 8 Billionen ankommen. Das heißt, da hinten würden wir, ich glaube 39 müsste jetzt die Zahl sein, wo sich die beiden kreuzen. Das heißt, wir würden sozusagen 2039 die maximale Geldmenge in meinem Geldsystem erreichen. Und im Gegensatz zum Bitcoin wäre die nicht degressiv, weil die wird ja immer wieder ausgeglichen. Das heißt, die Geldmenge wird tatsächlich verfügbar werden. Die wird nicht sozusagen immer weiter minimiert werden aufgrund von Verlusten oder sonst irgendwas, weil die lösen sich zwar auf der einen Seite auf, aber auf der anderen Seite wird immer pro Mensch ja wieder neu geschaffen. Und ab dem Jahr würde letztlich der Euro Krediere dann überholen. Und für Euro ist letztlich kein Ende in Sicht. Die Frage ist halt so nach dem Motto, okay, wird Euro irgendwann crashen? Und da ist letztlich auch der Name, wo auch der Krediere herkommt, das Geld, was wir heute haben, kann nur noch gegen Ihr Vertrauen crashen. Solange Sie glauben, dass der Euro morgen noch funktioniert, wird er es tun. Und solange im Endeffekt die Mehrzahl der Menschen glaubt, dass der Euro morgen noch benutzbar ist und dass ich mich morgen noch damit bezahlen lassen kann und dass ich morgen noch im Supermarkt einkomme, solange wird das funktionieren, egal wie groß die Zahlen werden. Solange sozusagen dieses Dreieck, was ich am Anfang hatte, solange das irgendwie stabilisiert werden kann, durch was für wahnsinnige Maßnahmen auch immer, egal wie hoch die Zahlen werden, solange dieses Dreieck in irgendeiner Form sozusagen stabil bleibt, kann diese Geldmenge uns unendlich erwachsen. Wir haben Computer, die können mit viel größeren Zahlen umgehen, als die, die wir jetzt haben. Also lassen Sie sich sozusagen von Leuten, die sagen, der Euro wird crashen, nicht ins Boxhorn jagen. Der Euro wird crashen, wenn sie sie überzeugt haben. Wenn die sozusagen mit ihrer Meinung durchgesetzt haben, wenn sie an den Crash glauben, wird er kommen. Das Problem ist natürlich, klar, Sie hier als Gruppe, so 30 Leute. Die Frage ist, wer sind sozusagen diejenigen, die tatsächlich das Vertrauen verlieren müssen, die ihre Orders oder was auch immer dann setzen müssen, sozusagen auf Talfahrt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, an welcher Stelle es passieren kann, passieren wird. Aber es ist nicht sicher. Es gibt auf jeden Fall keine Garantie, dass er crasht, genauso wie es keine Garantie geben kann in die andere Richtung, weil es nur von uns Menschen abhängt. Und ja, wir sind, wir sind an der Stelle tatsächlich in dem Sinne unseres Glückes Schmied, weil in der Form, es gibt hier keine Wirklichkeit. Es gibt nur unsere Vorstellung davon, wie das Ganze zusammenhängt. Und deswegen, ja, so weit wird sozusagen von mir. Das Einzige, was sicher ist, ist der Tod. Zumindest im Moment. Ich bin sozusagen sehr Utopist und ich weiß nicht, ob das bleibt. Aber ich würde sagen, apropos, morgen Abend, morgen Abend, wenn Sie Zeit haben, morgen Abend läuft, ich weiß nicht, ich glaube, es ist ProSieben, aber der Film heißt In Time. Der signalisiert sozusagen, die perfekte Kombination, oder im Sinne unseres heutigen Systems sozusagen, die perfekte Kombination von Lebenszeit zu Geld. Weil ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen den Film schon kennt, es ist so, die Leute werden irgendwie bis 18 oder 25 und so weiter, leben die sozusagen umsonst. Und danach aktiviert sich hier im Arm so eine Uhr, da ist ein Jahr drauf. Und die zahlen tatsächlich sozusagen in Lebenszeit. Das heißt, wenn Sie irgendwie Bus fahren und so weiter, zahlen Sie damit, werden ein paar Sekunden, ein paar Minuten abgezogen. Und wenn Ihre Uhr abläuft, sind Sie tot, im Wachsinn des Wortes. Und deswegen, also der Film ist sehr spannend zu verstehen, was es bedeutet, wenn das Geldsystem sozusagen nicht nur so tut, als wäre es ein Geldsystem, sondern es tatsächlich in Lebenszeit umgesetzt wird. Weil letztlich, wenn Sie Geld verdienen mit Ihrer Erwerbsarbeit, machen Sie ja auch nichts anderes. Das heißt, Sie transferieren Ihre Lebenszeit in sozusagen Geld, um dieses Geld wieder für Lebenszeit von anderen abzumachen. Also wie gesagt, diesen Film kann ich nur empfehlen, um zu verstehen, mit welcher Brutalität letztlich auch unser System funktioniert, auch wenn es nicht so offensichtlich ist. Und jetzt Ihre Fragen, Ihre Vorstellungen, Gedanken, was auch immer Sie sprechen wollen.